Im Moment geistert ein Schreck durch die Online-Business-Welt, die ZFU, die Zentralstelle für Fernunterricht. Gestern noch nichts davon gehört und heute ist dieses Gesetz aus dem Jahr 1975 plötzlich in aller Munde und macht Angst und Schrecken. Darf ich überhaupt noch Online-Kurse verkaufen? Was ist denn da jetzt los? Wie geht denn das? Ja, wenn dich gerade diese Fragen plagen und du dir denkst, um Gottes Willen, was ist denn da jetzt so los? Ja, dann kann ich dich einladen zu einem Webinar. Am Donnerstag, den 1. Juni um 15 Uhr, habe ich die Rechtsanwältin Marion Kenkies eingeladen, damit sie uns einfach da mal einen Überblick gibt, was ist denn jetzt anders oder war es überhaupt je anders oder auf was müssen wir jetzt achten. Also wenn du einen Überblick haben möchtest und die Möglichkeit haben möchtest, Marion Fragen zu stellen, dann bist du auf diesem Webinar goldrichtig. Falls du es versäumen solltest, gibt es natürlich nachher auch eine Aufzeichnung. Also melde dich auf jeden Fall an, damit du die Aufzeichnung erhalten kannst, wenn du nicht persönlich anwesend sein kannst. Und ich kann dir nur sagen, aus meiner Erfahrung, ich habe auch die DSGVO-Zeit schon erlebt und auch dieser Schrecken, hat seinen Schrecken irgendwann verloren. Also, wir sehen uns auf dem Webinar. Schöne Grüße aus Venedig. Vielen Dank.